Hi, das ist die Informatik 2, das ist Chapter 7. Wir stecken in unserer Diskussion von Datenstrukturen, die mit Structs und Pointers kontrolliert wurden. Queues, Stacks oder im Allgemeinen Listen. Servus zusammen. Okay, was ich hier in meinem Sublime Text mitgebracht habe, das ist das File stack.c0. Okay, also die letzte Library, die wir im letzten Video konstruiert haben, die uns die LIFO-Datenstruktur, den Stack, gebracht hat. Okay, ich habe hier einen bestimmten Ausschnitt aus dem File angefahren. Das war das Prädikat isStack, das wir uns konstruiert hatten, um zu checken, dass ein Pointer s hier tatsächlich auf eine valide Stack-Struktur zeigt. Okay, also es gibt hier die entsprechenden Top- und Bottom-Pointer, die wir jetzt auf dem Boden und auf die Spitze des Stapels zeigen. Die sind nicht 0, okay, aber was mich hier besonders interessiert, war das Reachable-Prädikat. Okay, kann ich tatsächlich von der Stack-Spitze die Liste, die Liste der Stack-Elemente abwandern, bis ich tatsächlich den Boden, den Grund des Stacks, des Stapels irgendwie erreichen kann. Okay, das war diese Reachable-Routine, die wir schon vor zwei Videos mal entworfen hatten. Hier das Prädikat Reachable, das mir von einem bestimmten Liste-Element from losläuft und versucht, das Liste-Element to zu erreichen, indem es jeweils die Next-Pointer, die in dem aktuellen Liste-Element walk zu finden sind, dereferenziert und dann verfolgt. Genau, wenn ich auf meinem entsprechenden Weg von from to to nicht auf einem Null-Pointer laufe, dann habe ich tatsächlich eine nicht partitionierte, eine vollkommen verzeigerte Liste vor mir, dann war alles in Ordnung. Okay, also dieses Reachable-Prädikat ist eigentlich eine einfache Sache, war auch eine sehr, sehr sinnvolle Sache, um die Integrität unserer Datenstrukturen zu checken. Ist aber so ein bisschen fragil, die Klamotte. Das Ganze hat ein Problem, diese Reachable-Funktion hat ein Problem, wenn die Listenstruktur, die wir da untersuchen wollen, also unsere Stack oder unsere Queue, sich nicht sauber verhält, nicht well-behaved ist und keine lineare Liste darstellt, vielleicht irgendwie partitioniert, sondern vielleicht eine zirkuläre Liste, eine Liste, die Kreise beinhaltet in der Referenzstruktur. Okay, ich habe ein entsprechendes Beispiel dazu mal hier auf den Slides mitgebracht, hier in diesem kleinen Mini-Abschnitt zu zirkulären Listen, den ich mit euch in diesem Video hier besprechen möchte. Ja, und tatsächlich ist hier von dem Prädikat bool reachable from nach to die Rede. Okay, eingesetzt, um die Konnektivität einer Liste zu überprüfen und das hat mit den Queues und Stacks auch super hingehauen, dort, wo wir denn das Reachable-Prädikat bisher eingesetzt haben, weil Queues und Stacks durch ihre N-Queue oder ihre Stack-Push-Funktionen, die wir implementiert haben, tatsächlich lineare Listen konstruiert haben, in denen es genau einen Weg gibt, der mich von der Stack-Spitze zum Stack-Ende bringt oder von dem Kopf der Queue bis zum Ende der Queue irgendwie bringt. Das sind lineare Listen ohne Verzweigung und ohne Zyklen gewesen. Okay, keine Kreise in der Referenzstruktur. Darum hat unsere Reachable-Routine an der Stelle super funktioniert und ist auch immer terminiert. Aber wie sieht es aus, wenn wir Reachable auf eine Liste unbekannter Struktur und unbekannten Inhalts anwenden? Das ist ja eigentlich gerade das Wesen von Reachable, dass wir uns eine Listenstruktur geben und Reachable soll mal hineingreifen und schauen und analysieren, ob denn alles in Ordnung ist. Was passiert denn, wenn nicht alles in Ordnung ist? Und in diesem Fall meine ich damit, wenn die Listenstruktur nicht wirklich linear ist, sondern einen Kreis, einen Zykel aufweist. Ich habe hier meine entsprechende Listenstruktur jeweils in Skizzenform mitgebracht und in dieser Skizzenform wäre A mein erstes Listenelement. Dort würde meine Traversierung, meine Navigieren in der Liste jeweils beginnen. Und ich könnte mich fragen, ob zum Beispiel F von A erreichbar ist. Ist das Element F von A erreichbar? Wenn das hier mein Einstiegspunkt ist, dann kann ich mich nur von A losbewegen und die ganzen Next-Pointer, die ich hier dargestellt habe, verfolgen, um mich nach B, nach C, nach D zu bewegen. Immer noch kein F erreicht, nach E zu bewegen. F konnte erreicht werden. Tatsächlich, F ist von A erreichbar. Reachable oder die Reachable-Funktion AF könnt ihr an der Stelle mit True antworten. Ganz hervorragend. Alles klar. Jetzt könnt ihr schon sehen hier an dem entsprechenden Knoten F, der Next-Zeiger. Wahrscheinlich war die Absicht, ihn hier nach G verweisen zu lassen, um wirklich alle sieben Elemente zusammen zu einer Liste zu binden. Aber aufgrund eines Bugs hier an der Stelle, den ich hier markiert habe, verweist F wieder zurück zu C. Und was sich hier einstellt, ist tatsächlich dieser Cycle, dieser Zirkel C, D, E, F, C. C, D, E, F, C, C, D, E, F, C. Einmal diesen Zyklus betreten und jedenfalls mit der Verfolgung der Next-Pointer komme ich aus diesem Zyklus jedenfalls nicht mehr heraus. Okay. Und die Frage danach, ob denn G von A erreichbar ist. Wir würden uns wünschen, dass die Reachable-Funktion an der Stelle mit False antwortet. Okay. Es gibt keinen Weg hier, den ich in dieser Verzeigerung finden kann, die mich nur über den Next-Pointer bewegt, die mich tatsächlich mit irgendeinem Knoten auch von F nicht zu G bringen würde. Reachable, A, G, bitte mit False antworten. Aber ihr könnt ja schon denken, was hier tatsächlich passieren wird. Reachable wird seinen Weg bei A starten, wird sich über B, C, D, E, F bewegen, wird zu C zurückkehren. Denn Reachable hat kein Memory, hat keine Erinnerung daran, dass der Knoten C schon mal betreten wurde. C ist jedenfalls nicht der erreichte oder der gewünschte Knoten G. Weder D noch E noch F sind jeweils G. Ich würde weiterhin meine Next-Pointer dereferenzieren, die jeweils nicht auf Null zeigen. In der Hinsicht würde ich also nicht die entsprechende Traversierung der Liste abbrechen. Ich würde mich hier in diesem unendlichen Zyklus irgendwie immer weiter fortbewegen. Und Reachable würde zu keiner Antwort kommen. Reachable würde eine unendliche Traversierung dieser Liste durchführen und könnte die entsprechende Aussage zu Ist G von A erreichbar tatsächlich nicht treffen. Okay. Ich habe das auch mal praktisch mitgebracht hier. In einem Stück Code habe ich das mal mitgebracht hier. In dem File Circular.C0. Okay. In dem File Circular.C0 geht es mir darum, mal testweise zyklische Listen zu traversieren. Was ich dazu brauche, ist natürlich unser Struct List in genau dem Setup, den wir bisher jetzt schon so oft wie in den Videos benutzt haben. Okay. Ihr seht, ich habe mich dazu entschlossen, in meinen Listen Elementen Strings zu speichern, aber alles vollkommen sekundär. Es geht mir darum, dass ich hier diese linearen Listen aufbauen kann. Jedenfalls wollte ich sie linear aufbauen. Alles klar. Was ich auch mitgebracht habe, ist unser Front Reachable. Das Prädikat, das ein Problem haben könnte, wenn die Liste, die von From aus erreichbar ist, in der wir also unsere Navigation beginnen und einsteigen, wenn die tatsächlich einen Zyklus aufweist. Okay. Und um dann tatsächlich damit spielen zu können, hier in der Main-Funktion, baue ich mir entsprechend die 7 Knoten A bis G, die ihr gerade auf der Slide 29 noch gesehen habt, die baue ich mir an der Stelle auf. 7 Knoten bedeutet 7 separate Alloc-Aufrufe, die mir 7 Listen Elemente auf dem Beep tatsächlich konstruieren. Damit ich die nachher auch tatsächlich wiedererkennen kann, werde ich hier ihren entsprechenden Elem-Wert, den String, den ich dort hinterlassen kann, jeweils auf den Namen des Elementes setzen, A bis G. Ganz hervorragend. Und dann werde ich die 7 Elemente verdrahten. Von A aus ist B erreichbar, von B aus ist C erreichbar und so fort. Was ich damit als Verzeigerungsstruktur aufbaue, ist genau die jetzt hier in gelb markierte Verzeigerungsstruktur. Leider inklusive des Bugs, der mich hier von F nicht wie wahrscheinlich intendiert zu G bringt, sondern von F werde ich direkt zurückgeleitet zu C. Und tatsächlich wird sich hier der entsprechende Zyklus erstellen. F next ist tatsächlich gleich C, G ist unerreichbar. Okay, sollte G tatsächlich unerreichbar sein und es gibt keine weitere Referenz auf das G, das nur so nebenbei gesagt, dann würde Garbage Collection irgendwann daherkommen und uns das G abräumen. Das ist aber an der Stelle überhaupt gar nicht unser Thema und gar nicht unser Problem. Unser Problem ist, wie wird sich Reachable verhalten, wenn ich bei A, hier oben bei der ersten Referenz, meine Navigation in die Liste beginne. Ja, und um das auszutesten, habe ich genau hier diese beiden Testaufrufe meiner Reachable-Funktion, den Reachable AF und den Reachable AG-Aufruf hier in die Main-Funktion eingebettet. Natürlich mit entsprechenden Ausgaben drumherum, damit ich checken kann an den entsprechenden Terminal-Ausgaben, ist es wirklich von A tatsächlich F zu erreichen. Vielleicht in mehreren Schritten, nicht direkt mit einem Verweis, nur einem Next-Verweis von A nach F, vielleicht in mehreren Schritten, aber das wäre gut genug. Dann wäre F trotzdem immer noch Reachable von A. Ja, und das entsprechende Symbol, das ich hier benutze, soll mal das hier sein, dieser Pfeil mit dem Stern da dran, wird in der Informatik gerne für die sogenannte klinische Hülle einer Relation benutzt. Völlig egal, was das bedeutet, das hier soll an der Stelle nur bedeuten, kann ich in Null oder in beliebig vielen mehreren Schritten von A nach F gelangen. Und wir hoffen mal, dass Reachable an der Stelle hier mit True antworten kann. Die schwierige Frage ist, kann ich von A tatsächlich auch das G erreichen? Und ja, aufgrund der Verzeigerungsstruktur würden wir uns wünschen, dass Reachable false antwortet, wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Wahrscheinlich wird Reachable hier in eine Endlosschleife gelangen und hier tatsächlich diesen Zyklus durchwandern, und zwar bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Jetzt schauen wir mal, ob wir das Ganze kompilieren können. Das Pfeil heißt Circular.10.0, habe ich die Shell hier. Circular, da ist Circular.10.0. Okay, aufrufen, loslaufen lassen, von A nach F in endlich vielen Schritten, jawohl, geht tatsächlich, von A nach G in endlich vielen Schritten, don't know. Die Funktion Reachable ist immer noch dabei, ihren Job zu tun, da können wir jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Ich könnte jetzt gehen und mir einen Kaffee holen und hier zurückkommen. Wir könnten das YouTube-Video laufen lassen und laufen und laufen, bis uns Google Werbung reinschneidet, bis der Arzt kommt. Ich kann das Ganze hier abbrechen. Reachable wird nicht zum Ende kommen. Okay, alles klar. Was ich darum mit euch hier in diesem Video noch besprechen möchte, ist eine Technik, ein Algorithmus, der sehr effizient feststellen kann, ob die Liste, ob eine gegebene Liste, die einem als Argument gegeben wurde, ob die tatsächlich einen Zyklus beinhaltet, ja oder nein. Und tatsächlich wird diese Funktion natürlich in der Anwesenheit eines Zyklus nur endlich viele Schritte durchführen und nicht in eine Endlosschleife wie zum Beispiel Reachable gelangen. Okay, das ist das, was ich mit euch hier in diesem Video noch besprechen möchte. Warum mache ich das hier an der Stelle? Ja, weil zirkuläre Listen tatsächlich Datenstrukturen sind, die da draußen auftauchen und mit denen umzugehen, das kann gar nicht umgehen zu können. Das kann nicht schaden. Abgesehen davon ist es nochmal super Training, um die Navigation in solchen Listenstrukturen irgendwie zu besprechen. Okay, wie erkenne ich zirkuläre Listen? Dazu gibt es einen Algorithmus, der nennt sich The Tortoise and the Air. Okay, The Tortoise and the Air. Okay, also The Turtle and the Bunny, könnte man vielleicht auch sagen. Oder die Schildkröte und der Hase. Okay. Okay, ich bin ja nur am Seufzen, weil dieses Tortoise, es ist eigentlich Tortoise zu betonen. Tortoise and the Air, das ist die korrekte Betonung. Ich habe vorher extra nochmal nachgeschaut im Lexikon, Turtles and the Hair. Bitte lasst mich Turtle sagen an der Stelle. Okay, The Turtle and the Hair. Wie läuft dieser Algorithmus ab? Tatsächlich werde ich die Liste, die ich zu untersuchen habe, mit zwei Pointern durchwandern. Okay, mit einem Pointer T, der mir die Turtle, das langsame Tier, darstellt. Und einem Pointer H, der mir den Hair, the Bunny, den schnellen Pointer darstellen wird. Okay, ich starte also in meiner Liste mit meinem Turtle Pointer T, ganz am Listenanfang. Okay, mit meinem Hair Pointer, mit meinem Bunny Pointer H, direkt dahinter, also auf dem zweiten Listen-Element. Okay, dann wird sich während des Algorithmus, genau wie es irgendwie die Natur vorschreibt, mein H-Pointer, mein Hair Pointer durch die Liste doppelt so schnell bewegen wie mein Turtle Pointer T. Okay, also daher haben diese beiden Pointer ihre Namen. Ihr könnt ja schon denken, dass das irgendwie was mit der Fabel da draußen zu tun hat. Aber T wird sich halb so schnell durch die Liste bewegen wie H. Sollte die Liste, die wir zu untersuchen haben, sollte die Liste tatsächlich zirkulär sein, einen Zykel beinhalten, dann wird T, meine Turtle, von H von hinten eingeholt. Nur in einer zirkulären Liste ist das tatsächlich möglich. In einer nicht zirkulären Liste wird H einfach durch die Liste hindurch speeden, H wird das Listen-Ende erreichen. Sobald das geschieht, wissen wir, die Liste kann keinen Zyklus beinhalten. Sollte aber H tatsächlich bei seinem Lauf T von hinten einholen, dann hat sich tatsächlich gezeigt, ja, diese Liste muss den Zyklus beinhalten, ansonsten wäre das vollkommen unmöglich gewesen. Okay, ich habe die entsprechende Liste, die zirkuläre Liste, die uns eben auf der Folie 29 noch ein Problem bereitet hat, die habe ich hier in ein bisschen explizitere Form nochmal mitgebracht. Die einzelnen Listen-Elemente sind jetzt tatsächlich in ihrer Struct-List-Form wiedergegeben, mit einem LM-Field und einem Next-Field. Okay, ansonsten sind hier die sechs Listen-Elemente, die überhaupt erreichbar sind, tatsächlich alle dargestellt. Das separate Listen-Element je, das sowieso nicht erreicht werden kann, das habe ich hier in der Grafik überhaupt gar nicht dargestellt. Okay, wir starten mit unserer Navigation, mit unseren beiden Pointern T und H am Listen-Anfang. T tatsächlich ganz am Listen-Anfang, H direkt dahinter. Okay, also H hat an der Stelle schon mal einen Vorteil, ja, völlig unfair, weil H ja sowieso schneller läuft. Okay, also zum Zeitpunkt 1, wenn der ganze Algorithmus läuft, ist T, unser Pointer T an der Stelle H, unser Pointer H ist an der Stelle B. Alles klar, jetzt läuft die Zeit ab und das Rennen zwischen Turtle und Hare beginnt. Okay, die Turtle wird sich in jedem Zeitschritt um ein Listen-Element nach vorne bewegen, von A nach B, von B nach C und so weiter. Mein H-Pointer wird sich jeweils um zwei Listen-Elemente nach vorne bewegen, von B zu D, von D zu F und so weiter und so fort. Okay, H wird wahrscheinlich doppelt so schnell unterwegs sein. Wenn ich die Zeit voranschreiten lasse, dann werde ich sehen, dass ich zum Zeitpunkt 1 mit T auf A bin, zum Zeitpunkt 2 auf B, dann auf C, dann auf D. T bewegt sich also richtig schön langsam Element für Element durch die Liste. H speedet durch die Liste, startet schon bei B, gelangt dann direkt zu D, zu F, zu D. Und an dieser Stelle, zum Zeitpunkt 4, sind tatsächlich meine Turtle auf dem Element D angelangt und mein Hare, mein Bunny ist auf Element D angelangt. Und tatsächlich muss diese Liste zirkulär sein. Ansonsten würde sich niemals die Chance ergeben, dass mein H den Pointer T von hinten tatsächlich erreichen kann. Okay, das erscheint mir wie ein sehr eleganter und sehr, sehr einfacher Algorithmus. Okay, und dann könnt ihr sich Fragen darüber stellen, ob das denn tatsächlich immer funktioniert oder ob das Beispiel, das ich hier gewählt habe auf der Slide, ob das tatsächlich ein glückliches Beispiel gewesen ist. Und dass das nicht der Fall ist, das würde ich euch gerne noch mal hier mit meiner Papercam zeigen. Ich schalte einfach mal rüber. Kann ich das? Ja, ich kann das. Genau, dann machen wir mal den entsprechenden Zoom an. Okay, sauber. Und ich male mir noch mal eine andere Liste auf hier an der Stelle. Eine Liste, die mal nicht sechs Elemente A bis F beinhaltet, sondern sieben Elemente beinhaltet A bis G. Okay, lass mich mal schauen, dass man das gut sehen kann. Alles klar. Also hier befindet sich A, hier befindet sich B, kann man immer noch sehen, sauber. Also C, hier befindet sich D. Alles klar. Dann biegen wir irgendwie hier nach unten ab und erreichen E und dann F. Das ist ein Zyklus, den ich hier in diese Liste einbaue, der eine ungerade Länge hat. Okay, und was ich euch damit an der Stelle nur zeigen will, ist, dass der Turtles in the Air Algorithmus auch tatsächlich für diese ungeraden Längen an Zyklen irgendwie funktioniert. Okay, also was ich hier haben werde, ist der T-Pointer und der H-Pointer, genau wie wir das eben gerade auf der Slide irgendwie protokolliert haben. Okay, und ich kann ja jetzt schon mal in meinen Zeitpunkten hier beginnen, die Turtle zu bewegen. Turtle startet bei A und mein Bunny startet bei B, genauso wie es der Algorithmus vorschreibt. Okay, und ich würde jetzt meine Turtle loslaufen lassen, das kann ich hier schon mal eintragen. Hier zum Zeitpunkt 2 wäre ich bei B, zum Zeitpunkt 3 bei C, dann bei E, dann bei D, dann bei E und so weiter und so fort. Das ist die normale Fortbewegung meiner Turtle T. Mein entsprechender Bunny wird sich schneller bewegen. Der wird von B direkt zu D springen, der wird von D zurück zu F springen, der wird von F direkt zu C springen und der wird von C hier direkt zu E springen. Alles klar, also hier hat sich wieder die Gleichheit ergeben. Tatsächlich hat es wieder unser Hase-Haar, unser Hair, geschafft, die Turtle von hinten einzuholen und tatsächlich ist damit der entsprechende Zyklus hier erkannt worden. Okay, sieht gut aus, alles klar. Wie sieht es aus mit Listenstrukturen, die Zyklen beinhalten, aber eigentlich so Grenzfälle darstellen. Wie sieht es aus mit einer Listenstruktur, sieht man das noch auf der Kamera, sieht man das noch super, genau, die so aussieht. Wenn das keine zyklische Listenstruktur ist, dann weiß ich es nicht. A verweist auf sich selbst. Würde unser Turtle and the Air-Algorithmus diesen entsprechenden Fall erkennen? Mensch, wir würden unseren Pointer T hier vorne bei A starten lassen und wir würden unseren Pointer H bei A next, also bei dem zweiten Element starten lassen. Also einmal auf A und dann einmal den Next-Pointer verfolgen, führt mich zu diesem Listen-Element. Das ist ja wieder das A selber. Dort würde ich meinen H-Pointer setzen. Der Algorithmus würde prüfen, sitzen T und H tatsächlich auf dem gleichen Element? Das ist der Fall. Trivialerweise hat H zu diesem Zeitpunkt schon das T eingeholt und die Liste würde tatsächlich als zyklisch erkannt werden. Okay, ein anderer Spezialfall, der mir unterkommen könnte, wäre vielleicht der hier. Meine Liste würde nur aus zwei Elementen bestehen und ich würde hier einen Minikreis zwischen A und B aufbauen. Mein Turtle T würde bei A starten. Mein Hase H würde direkt bei B starten. Ein Element hinter dem Listen anfangen. Okay, und dann würde ich hier wieder Protokoll darüber schreiben, wie sich denn die Werte von T und von H verhalten. T würde bei A starten. H würde bei B starten. Und, oh, lass mich das mal ein bisschen hochschieben. Im nächsten Zeitschritt würde T zu B gelangen. H würde zu A, aber dann noch einen weiteren Schritt gehen, wieder zurück zu B gelangen. Schon hier, schon hier an der Stelle würde sich Gleichheit einstellen. Und auch hier würde der entsprechende Zyklus erkannt werden. Okay, also ganz hervorragend, dieser Algorithmus Tirtis in the air scheint tatsächlich zu funktionieren. So, wie sieht es aus mit der Komplexität von dem ganzen Algorithmus? Ja, nehmen wir an, die Liste wäre nicht zirkulär. Nehmen wir an, es gibt tatsächlich keinen Zykel hier in dieser Liste, wie in diesen Beispiellisten oder in den ganzen Beispiellisten, die wir gerade auf dem Papier besprochen hätten. Ja, dann würde unser Pointer H vom zweiten Listenelement in riesen 7-Meilen-Stiefeln durchmarschieren bis zum Ende der Liste und würde N Listenelemente in N halbe Schritten durchmessen haben, bis dann tatsächlich das Listenende erreicht wird. Das ist das Zeichen dafür, dass H die gesamte Liste durchlaufen hat und niemals die Turtle T von hinten irgendwie einholen konnte. Das bedeutet, dass die Liste nicht zirkulär ist. Das würden wir also in N halbe Schritten irgendwie erkennen können, wenn N die Liste, die Listenlänge darstellt. Okay, sollte die Liste tatsächlich zirkulär sein, okay, dann enthält sie so einen Zykel C. Irgendwann wird sich unsere Turtle T am Anfang dieses Zyklus C befinden. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich H bereits schon irgendwo in dem entsprechenden Zyklus. Okay, denn H ist natürlich auch mit seinem schnellen Lauf irgendwie schon in den Zyklus gelangt und durchwandert jetzt den gesamten Zyklus. Also hier in unserem Beispiel hier zu diesem, ich spreche von dem Zeitpunkt, wo unser T hier, unser Pointer T, tatsächlich den Anfang des Zyklus erreicht hat. Also hier tatsächlich das C erreicht hat, okay. Dann ist der Pointer H schon lange in dem Zyklus drin. Als das A das C erreicht hat, können wir mal nachchecken, da war das H schon lange in dem Zyklus drin und ist hier in dem F angelangt, okay. H wird T einholen, bevor T den halben Zykel durchlaufen hat, okay. H bewegt sich doppelt so schnell durch den Zykel, bevor T auch nur den halben Zyklus durchlaufen hat, hat H T eingeholt. Das ist auf jeden Fall das, was irgendwie stattfinden wird. Das werden im Allgemeinen sogar weniger als N halbe Schritte sein, die hier von dem Turtis and the Hare Algorithmus durchlaufen sind. Tatsächlich ist das ein Algorithmus, der die Komplexität O von N aufweist. Okay, also endlich ein Algorithmus, der uns die Zykularität erkennen könnte und den wir vielleicht vorschalten könnten. Vorschalten vor unsere Implementation von IsReachable. Genau, dann lasst uns das doch mal hier oben versuchen, in dem Code irgendwie einzubauen. Lasst uns doch mal diesen Zykularitätstest hier in unserem File implementieren, okay. Hier hätten wir tatsächlich das Problem, dass ich den Programmlauf mit Ctrl-C abbrechen musste. Ich würde gerne ein Prädikat IsCircular implementieren, dass hier zum Beispiel, dass mir tatsächlich diesen Turtis and the Hare Algorithmus implementiert und mir den entsprechenden Check durchführen kann. Also den Check hier, das L, das ist die Liste, die wir checken wollen, das List L, sagen wir mal, okay, contain a cycle. Okay, das wird ein Prädikat sein und das Prädikat wird den Namen IsCircular tragen und was reingeht, ist tatsächlich die Liste L hier an der Stelle. Okay, damit ich den Algorithmus ablaufen kann, brauche ich auf jeden Fall zwei Listen-Pointer, den T und den H-Pointer. Okay, the Turtis and the Hare. Okay, also List T, da ist die Turtle, List H, hier ist der Bunny, der Hase. Okay, wie sieht es aus, wenn die Liste leer ist? Eine leere Liste erkennen wir daran, dass der Listen-Pointer, in diesem Fall jetzt der Pointer L, den man uns als Argument übergeben hat, wenn dieser Listen-Pointer tatsächlich auf Null verweist hier an der Stelle. Okay, also so eine leere Liste kann überhaupt gar keine Next-Zeiger zu irgendwelchen anderen Elementen beinhalten. Es gibt überhaupt gar keine Elemente. Per Definition ist eine leere Liste nicht zirkulär. Okay, also an Empty List is not circular. Okay, das ist eine einfache Feststellung, die wir an der Stelle treffen können und das möchte ich am Anfang hier abfragen. Falls L tatsächlich Null sein sollte, dann ist unsere Liste leer und dann werden wir mit Vorwärts antworten, denn eine leere Liste ist nicht zirkulär. Okay, ja, ansonsten haben wir eine nicht leere Liste vor uns. Vielleicht beendet sie nur ein Element, so wie unser Beispiel auf dem Blatt Papier, vielleicht zwei Elemente, vielleicht tausende von Elementen. Wir werden tatsächlich unseren Lauf von Turtle und Bunny an der Stelle starten müssen. Also werden wir die T- und H-Pointer tatsächlich an den Anfang der Liste setzen, beziehungsweise an das Element in der Liste direkt hinter dem Anfang. Also die Turtle startet am Listenanfang, okay, und der Hase startet direkt dahinter. Ist das hier eine sichere Dereferenzierung von L und ist das ein sicherer Zugriff auf das Next-Feld? Meine Antwort darauf ist ja, denn genau durch diesen Test dürfen wir sicher sein, dass L zu diesem Zeitpunkt hier tatsächlich nicht der Null-Pointer ist. Den können wir sicher differenzieren und wir können sicher unseren Pointer H platzieren. Okay, so, jetzt beginnt der Wettlauf von Turtle und Bunny. Und zwar so lange, bis nicht der Hase die Turtle H von hinten eingeholt hat. Also solange das hier gilt, solange H tatsächlich T von hinten noch nicht einholen konnte, werden wir versuchen, die Operationen weiter durchzuführen. Es sei denn, H hat tatsächlich das Ende der Liste erreicht. Okay, dann dürfen wir die ganze Berechnung hier an der Stelle abbrechen. Okay, also darauf checken wir doch gleich mal hier an der Stelle. Also sollte es tatsächlich der Fall sein, dass wir mit unserem Hasen das Ende der Liste erreicht haben, dann gibt es auf jeden Fall keinen Zyklus. Eine nicht zirkuläre Liste liegt vor. Also, wie checken wir, ob wir mit unserem Hasen H das Ende erreicht haben? Ja, wir sind mit H offensichtlich auf den Null-Pointer gelaufen. Okay, wir wissen, dass wir im nächsten Schritt mit unserem Hasen H sogar zwei Schritte vorauslaufen werden. Okay, also in der nächsten Iteration dieses Loops wird H nicht auf H next gesetzt, sondern auf H next, next. Okay, wir gehen jeweils zwei Schritte. Okay, also würde ich an dieser Stelle prüfen, ob H vielleicht schon das Listenende erreicht hat oder ob ich im nächsten Schritt schon das Listenende erreichen würde. Okay, beides zeigt mir an. H mit seiner doppelt hohen Geschwindigkeit hat auf jeden Fall das Listenende erreicht und wir könnten hier mit einem entsprechenden Falls rausgehen. Das ist auf jeden Fall eine nicht zirkuläre Liste, die da an der Stelle vorliegt. H kann das Ende der Liste erreichen. Okay. Ja, wenn das nicht vorliegt, dann werden wir einfach nach den Regeln des Algorithmus unsere Pointer T und unsere Pointer H vorwärts bewegen. Okay, und zwar natürlich wird sich H doppelt so schnell bewegen wie T. Okay, und das entspricht der Fabel und das entspricht auch dem entsprechenden Verhalten hier in dem Algorithmus. Also T bewegt sich schön Schritt für Schritt langsam durch die Liste. T ergibt sich zu T next. Schritt für Schritt, Element für Element wird abgelaufen. Aber H speedet durch die Liste in doppelter Geschwindigkeit mit genau dem entsprechenden doppelten Dereferenzierungsoperator. H bewegt sich von dem Aktuellen Element H zum Element next und dann sogar noch ein Element weiter zum Element next next. Beide Dereferenzierungen hier gehen in Ordnung. Wieder durch unseren Check hier oben. Der Pointer H ist auf jeden Fall nicht null. Okay. Und auch der Pointer H next hier wird nicht null sein. Das habe ich hier oben an der Stelle jeweils abgeprüft. Okay. Wovon ich mich jeweils noch überzeugen könnte, vielleicht mithilfe einer Loop-Variante ist, dass die Liste, die wir hier durchlaufen haben, also dass der entsprechende Weg von T zu H tatsächlich überhaupt potenziell irgendwie gangbar wäre. Okay. Dass die Liste also nicht irgendwie partitioniert ist. Dass man zum Beispiel von dem ersten Element überhaupt das zweite irgendwie erreichen kann. Alles klar. Das könnte ich hier in einer Loop-Variante testen. Das entsprechende Prädikat reachable. Das haben wir ja an der Stelle zur Verfügung. Reachable TH. Okay. Okay. An der Stelle werden wir keine Angst haben müssen, dass wir in den entsprechenden Zyklus laufen. So. Okay. Ja. Also während wir uns in der Liste lang bewegen, ist der Weg zwischen T und H auf jeden Fall erreichbar. Das muss so sein, denn H ist diesen Weg an der Stelle schon gelaufen. Okay. Ja. Ganz hervorragend. Ich denke, das müsste eigentlich der Algorithmus sein. Sollten wir tatsächlich hier nicht an der Stelle aussteigen und mit H das Listenende erreicht haben, dann ist tatsächlich das der Ausstieg hier aus unserem While-Loop. Und der Ausstieg deutet an, H hat T tatsächlich von hinten eingeholt. Wir haben eine zirkuläre Liste vor uns. Und unser Prädikat ist circular, wird an der Stelle mit return true zurückgeben, dass es sich tatsächlich um eine zyklische Liste handelt. Ja. Ich denke, das ist eigentlich alles, was ich an der Stelle brauche, um das Ganze irgendwie zum Fliegen zu bringen. Ich glaube, der Algorithmus ist komplett hier. Modulo aller Bugs-Typos und so, die wir da eingebaut haben. Wir können das gleich mal feststellen, indem wir hier in unserer Main-Funktion, hier in unserer Main-Funktion, in dem wir immer noch unseren Wiring-Bug haben, der uns von F direkt nach C bringt, in dem wir, bevor wir hier unsere Reachable-Tests ausführen, tatsächlich uns die Zeit nehmen, den zirkulären Test hier für die Liste, die in A beginnt, durchzuführen. Okay, also, dann lasst uns das mal vorbereiten. Wir werden einfach eine Bugs-Variable Cycle einführen. Und in der werden wir tatsächlich testen, ob die Liste A tatsächlich eine zirkuläre Liste ist. Und weil uns das interessiert, werden wir das natürlich auch irgendwie ausgeben. Hier ist A eine zyklische Liste. Das kann ich daran erkennen, dass ich hier einfach den Boolean Cycle ausgebe. Nicht vergessen, eine entsprechende Flushing des Buffers, des IO-Buffers durchzuführen. Okay, ganz hervorragend. Ja, wir wissen, dass es in der Anwesenheit einer zyklischen Liste tatsächlich zu Problemen führen kann. Und solche Tests wie das Reachable hier unten, die könnten tatsächlich unendlich laufen. Okay, also sollte ich an dieser Stelle hier festgestellt haben, dass ein Zyklus vorliegt, if Cycle, dann werde ich den ganzen Rest des Programms hier an der Stelle am besten gar nicht mehr abfahren und tatsächlich direkt die Main-Funktion beenden. In diesem Fall vielleicht nicht mit dem Return 0, der einem das Betriebsdeme anzeigt, alles ist super gelaufen. In diesem Fall vielleicht mit dem Return 1, das dem Betriebsdeme anzeigt, oh, guck mal, da ist irgendwie etwas nicht so gelaufen, wie es denn tatsächlich hätte sein sollen. Okay, es gibt eine ganze Latte an Vereinbarungen, die man getroffen hat, wie denn diese Return Codes an Unix zu vereinbaren sind. Ein Return Code ungleich 0 deutet jedenfalls ein Problem an und ein Zyklus in unserer Liste A, den würde ich hier mal als Problem klassifizieren. Ja, okay, dann versuchen wir das hier mal irgendwie zur Ausführung zu bringen. Eben gerade noch hatten wir hier die endlose Ausführung von Reachable, die uns den Test Reachable AG durchgeführt hat. Ich hoffe mal, dass wir dem jetzt irgendwie entgehen können. Gespeichert habe ich. Dann machen wir hier mal den neuen Aufruf von Circular, bringen dieses Programm hier nochmal zum Ablaufen und sehen, dass Acyclic tatsächlich mit True beantwortet wird. Unser Tortoise and the Hair Algorithmus hat herausgefunden, die Liste A ist tatsächlich zyklisch. Mal schauen, ob das auch sonst richtig funktioniert, wenn wir den Bug hier mal temporär ausbauen und das Wiring wieder in Ordnung machen und von F tatsächlich rüber zu G gehen. Okay, damit ist jetzt diese Grafik hier, dieser Kommentar ist jetzt ja zeitweilig hier nicht mehr ganz aktuell. Das wäre jetzt der korrekte Kommentar. Nein, nicht so, sondern so. Das ist jetzt die Wiring-Struktur meiner Liste. Alles klar. Ja, dann müsste sich jetzt hier beim Ablauf doch die entsprechenden Antworten ergeben. Jawohl, A ist cyclic. Nein, A ist keine zyklische Liste mehr. Von A und F können jeweils F und G erreicht werden. Sieht gut aus. Tatsächlich scheinen jetzt irgendwie meine Konnektivitätstests hier irgendwie sauber zu laufen. Komm, lass uns mal wieder zurückschalten. War doch interessanter, als hier tatsächlich der Bug drin steckte. So, alles klar. Okay, das ist mein neues File, ist circular. Okay, ja, ich könnte in meiner Implementation von stack.c0, die habe ich hier nochmal mitgebracht, die bisher so ein Problem hatte mit ihrer Reachable-Funktion hier, die könnte ich doch jetzt anreichern, den Test von Reachable nur dann tatsächlich ausführen, wenn ich mich vorher davon überzeugt habe, dass ich keine zykuläre Liste vorliegen habe. Alles klar. Ich könnte also meinen Zykularitätstest hier nehmen. Okay, den könnte ich mir greifen. Der ist formuliert worden auf struct list. Das sind genau die Struct-Deklarationen und Definitionen, die ich hier in meinem stack.c0 verwendet habe. Genau dort werde ich die platzieren. Alles klar. Jetzt steht mir der entsprechende Code hier auch in stack.c0 zur Verfügung. Und in meinem Test hier, in meinem Test zu isStack, würde ich, bevor ich tatsächlich mich traue, die Reachability innerhalb meiner Liste zu testen, würde ich in weiteren Preconditionen fordern, dass keine Zirkularität vorliegt, wenn es darum geht, die Liste meines Stacks abzuwandeln. Und zwar von der Stapelspitze ab natürlich. Das wäre die entsprechende angereicherte Implementation, die mich auch davor beschützen würde, wenn meine Implementation von StackPush oder dem ganzen Rest der Stack Library defekt wäre und mich zu zirkulären Listen führen würde. Alles klar. So weit, so gut. Das ist die Diskussion zu zirkulären Listen und damit hier an der Stelle einen Deckel drauf. Was ich im allerletzten Video im Chapter 7 mit euch noch gerne machen würde, ist eine Diskussion der Rolle von Stacks, wenn es darum geht, Funktionen und vor allem auch rekursive Funktionen in Programmiersprachen zu verwalten und korrekt aufrufen zu können. Alles klar. Das wird dann das letzte Video im Chapter 7 sein. Wie gesagt, bisher das längste Kapitel in der gesamten Vorlesung. Aber wir sind tatsächlich durchgekommen. Und ich danke euch für euer Durchhaltevermögen und eure Aufmerksamkeit. Macht's gut und haut rein. Bis bald. Ciao.